Das ist so ein Teil, dann kann man so aussuchen, entweder mehr oder weniger, nach Google suchen. Schreib mal rein, higher or lower einfach. Äh, hier. Ich hab ne Spotify-Version und reichste Berühmtheiten hab ich auch. Baba. Wo? Spotify. Okay, easy. Monatliche Hörer. KDB oder The Clash? Baco Zengo, schwere Entscheidung. Ich geh mit KDB. Niki? Jawohl, 28 Millionen. Niki Minaj. Boah. Oh mein Gott. Boah. Also ich würd, wenn ich wählen könnte, würde ich mich links nehmen, aber... Realistisch? Realistisch Niki, oder? Ich weiß nicht. Wobei sie... Cardi ist auch... Cardi, Niki, Cardi, Niki. Ja, zwei Stück hab ich richtig gemacht. Ich geh mit Niki. Geht's mit Niki? Jawohl. Ja, abends. 60 Millionen. Wer ist das denn? Wer ist The Q? Hast du verkackt, Gio? Nein, ich bin noch dabei, Bruder. 60 Millionen. Monatliche Hörer, Niki Minaj. Das ist monatliche Hörer-Version. Gegen The... Ja, ich geh mit Niki. Bruder, wer? 17 Millionen Hörer, Bruder, woher? Wer ist das? Weiß ich nicht. Carol G. Bukimla? Carol G. Wer hat mehr The Q? Carol? Ich geh mit The Q. Boah, Bruder, wer ist Carol G, Bruder? Wer ist sie, ja? Wie viel? Du hast drei. Ich hab drei. Jawus? Zwei. Zwei, okay. Soll er jetzt? Das andere? Ja, jetzt mit Promis. Baba, das ist gut. Wer ist reicher? Wer reicher ist? Ja. Okay, Rockstars sollte man nicht unterschätzen, aber... Rihanna ist Rihanna. Rihanna ist Rihanna. Muss ich machen, Bruder. Boah, gut hat der auch. 1,7 Milliarden. Boah, der hat 330 Millionen. Ja, Bruder. Cameron ist... Achso, jetzt zwischen Rihanna und James Cameron? James Cameron. Ja. James Cameron, was hat der alles gemacht? Der hat diese... Filme, ne? Der Terminator, alle Teile. Aber Bruder, 1,7 Milliarden ist hart. Aber... Ich bin ruhig, Wallah. Hat der Terminator gemacht? Ja. Oder? Ich glaube schon. Hat der Terminator gemacht? Ich glaube, der hat viele Baba-Filme gemacht, glaube ich. Komm, nehmen wir den, aber... Meinst du? Nein, sag, was ist deine Eier? Bruder, der hat 1,7 Milliarden. Wann hast du das gemacht, Mann? Ich schwöre. Komm, ich nehme den. Nein, Bruder. Ja, mach noch direkt eine neue. Ja, ich mache eine neue, Bruder. Ich habe auch eine neue gestartet. Ja, nee. Ja, Bruder. Boah! Bruder, was ist das? Das ist hart, Bruder. Bruder, er hat safe... Ich sage, bei ihm wird gleich so kommen, so 750 Millionen. Nee, mehr. 750 Millionen, geht schon, oder? Geht auch. 500 bis 750 Millionen. Aber ich habe auch... Aber Bruder, wenn er diese Bollywood-Filme... Macht er die selber? Das weiß ich nicht. Sind das seine Filme? Das ist denn nur eine Rolle. Ja, Bruder, dann wird er hier gleich über 2 Milliarden haben. Bruder, ich glaube... Wallah! Ach, 600 Millionen. 300 Millionen. Er hat 300 Millionen. Ach so, okay. Diplo? Wer ist Duplo? Wallah, wer ist DJ? Du weißt was, Lu? Wer bist du allem? Ich frage mich, wie hat er es da reingeschafft, Bruder? Wer ist er? Ein kranker DJ, Mann. Der hat auch diese... Wer, was? Er hat auch paar Radio-Hits. Diese mit Mia und keine Ahnung was. Der hat schon ein paar... Mit Mia? Mia. Ach, mit Mia. Ja. 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 Und wie heißt diese... Die Kuppe von Link? Ein Marshmallow? Boah, ich würde bei Shah Rukam bleiben, ja? Ja, schon. Aber DJs haben manchmal so behindert. Ja. 70 Millionen, Bruder. 70 Millionen. Trotzdem krankfeind, DJ. Jennifer Aniston, weißt du das? Ja, Jennifer Aniston, Bruder. Schauspielerin. Und die 22 Millionen. Dolly Parton. Wer war die nochmal? Dolly Parton, Bruder. Die sieht aus wie eine Blaublüterin, die unsterblich ist. Denk nochmal an. Die ist unsterblich, Bruder. So viel Geld hat die. Das Problem ist, guck mal, die sieht jetzt noch so leicht in Shape aus, ne? Aber die ist... Ich sage, die ist... Durch. 70, Bruder. Sag, die hat schon drei Katzenherzen gegessen. Ich bleib bei Jennifer Aniston, ja? Ich hab's dir gesagt, Onkel. Die ist blau. Die ist blaublüterin. Ich sehe nicht das erste Mal, ja? Okay, komm. Neue Runde. Finger weg davon. Auf jeden Fall. Bruno Mars oder The Chainsmokers? Komm, das ist die letzte Runde. Wir müssen unser Highscore... Ich würd sagen... Bruno, oder? Ja, ja. Ich geh jetzt. Bruder, was? Ah, The Chainsmokers ist auch nicht schlecht. Ja, Bruder. 65 Millionen hat der noch. Boah, Nirvana. Ich... Boah. Ich weiß nicht. Ich glaub, das sind absolute... Absolute Legenden. Zeitlose Musik. Ich sage, Bruno Mars wird in 50 Jahren... wird statt hier 65 Millionen, vielleicht 15 Millionen, 20 Millionen stehen. Und bei dem wird immer noch das Gleiche stehen wie Dings. Ich denke. Aber jetzt würd ich mit Bruno Mars gehen. Ja. Ist noch aktuell. Elton John. Sehr, sehr schön. Er ist auf jeden Fall blau. Der hat halt... Ein, zwei Lieder, die sind halt größer wie die... Nirvana selbst. Ein, zwei... Ja. Und man... Schaut euch seine Brille an. Und seine Nase müssen wir auch anschauen. Auf der Nase ganz genau. Genau. Die liegt gut auf der Nase. Würdest du dem Chat sagen, warum wir auf die Nase achten? Das ist natürlich wegen Shem-Konsum. desto mehr Geld, desto mehr äh... Ganz wichtig. Das ist das halt. Deshalb achten wir auch auf die Nase. 67 Millionen. Der hat mehr als Drake. Der hat mehr als Drake. Nein, Drake hat schon mehr. Aber Bruder, wie krass ist das, dass er 67 Millionen monatliche Hörer hat, Bruder. Während Drake einfach jede Woche gefühlt irgendwas rausbringt und auf 83 ist. Lana Del Rey. Ihr Name sagt mir was, aber ein Rey kann sie, glaube ich, nix. Drake können wir bis morgen... Ich hab schon mal... Die war schon mal ein Dings in einer Textzeile von mir. Ehrlich? Ja. Positiven? Ja. Niemals. Doch. Stars wie Matt Damon oder Marc Turence und Lana Del Rey blasen Backstage. Sehr positiv. Die ist auch hart, aber Drake ist, Bruder... Ich glaube, der geht jetzt weg, ne? Rammstein, Lana Del Rey... Bruder, Lana hat eine harte Zahl, aber das hab ich gar nicht gesehen. Ja, Rammstein ist hart, aber Lana Del Rey, oder? Ich glaube nicht, dass Rammstein dran kommt. Aus der Hölle ist diese Zahl. Okay, wir brauchen zwei noch. Dann haben wir... Rizizia kam jetzt dreimal, ich kenn die immer noch nicht. Und wie viel hatte die? Wir haben nicht gedrückt, wir haben aktualisiert. Aber ich glaub, man kennt sie, glaub ich, auf jeden Fall. Und elf Millionen ist jetzt... Nicht hart. ...in diesem Spiel. Irgendwie kam noch keiner, der so fünf oder so hatte, ne? Ja. Ist möglich. Jaaa. Tschüss! Wer ist die denn? Ja, Drake gefehlt. Nein. Oder? Sie kommen drei Millionen weniger als Drake. Bruder! Aber wer ist das? Wir gucken, wir gucken. Das lassen wir uns nicht nehmen. Lalla. Balla 55. Was steht 55? Boah, die hat vier Milliarden... Die hat... Die hat bestimmt Dings, Bruder. Die hat das Spiel bestimmt... Durchgespielt. Das ist ihr Spiel, Bruder. Das ist ihr Spiel. Chandelier in der zweiten Woche hat sie das programmiert, dieses Spiel. Weil es das noch so frisch hält. Äh... Party Girls, don't get hurt, ja? Ich würde mit dem gehen. Oder was sagt ihr? Schwer. Wir haben schon acht Scores, ne? Also wir können befreit spielen. Ähm... Ich würde tatsächlich vielleicht sogar eher mit rechts gehen, wenn ich... Ja, ja. Ihr Name sagt mir wenigstens was. Komm. Ja. Zack! Ist der von One Direction? Habt ihr so einen? Okay. Ich glaube doch rechts, ja. Wenn der von One Direction ist, dann könnte der... Wollt ihr rechts? Ich weiß es nicht, aber der ist doch von One Direction. Wir haben zwanzig... Boah, was? Wir haben zwanzig schon. Also ich kann den hier ohne Probleme nehmen. Ich denke, es ist links, aber ihr seid alle auf rechts. Meint ihr? Weiß ich nicht. Lass ein bisschen überlegen. Warte. In dieser Serien? Ja, Bruder. Er ist so eine andere Rolle. Komm, nehmen wir den. Scheiße! Mann! Motherfucker! Nein! Aber zwanzig. Ja, zwanzig. Stark. Hat das einer geschafft aufs Twitch irgendwo? Noch nie. Es ist ein Weltrekord. Neuer Weltrekord. Schämt sich Javuz eigentlich für seine fußballerische Inkompetenz? Bruder, ich war sechs Wochen im FC Köln. Internat. Geh fragen, Bruder. Ich schwöre bei Allah. Merz, Merz, Bruder. Die haben Angst vor mir gehabt. So, Jani. Merz, was hat er gemacht? Hat auch gerade auf Rap-LaRue reagiert. Natürlich. Oh, danke für die Infos.